ich kann wieder trotzen mit die fähigkeit an du klaus ganze zusammen essen ich drehe gleich durch ne noch nicht noch nicht habe hier noch eine rechnung offen ja okay das spiel ist kaputt eindeutig wir können das war ich finde ich bin der bogescheuch aufstellen der klinge vielleicht mehr geredet wurde die mürgermeister naja stimmt das ist er preis zum Beispiel in viel Spaß sechs klanten sein mit halbarn ein Bolzen okay durch alles in die Kiste gelegt also ganz sehen so viel Ressourcen und sowas wie kann man kurz in die Gäste gehen und einfach kraften das habe ich noch nie erlebt in einem Spiel so ich finde wir sind jetzt groß genug jetzt jetzt gehen wir die Etage bauen ja war ich ja okay der geile Baum hat einfach drei Holz gebraucht die haben mich nicht erforscht so kann man damit jetzt die Metallpfeile bebraucht sind so ein scheiß das scheitert sich sechs Metallpfeile für ein Land äh also ein Metallpfeil für sechs ranzige Feige ja ich dachte natürlich ich weiß das haben wir auch ziemlich klar äh ich bin bewusster ich bin in dieser Wand halt mal in die Kommentare die Schilder der die die 6 es ist zukunftskill ja was ja nicht in kiele und dann nenne ich es um dann hast du ihre verdient Lappen oder natürlich unser Leben bei der Wahrscheinlichkeit der Euro gehen zusammen vielleicht mit dem Klammer vielleicht ich sage ich war gerade verwundet warum steht im ZWM cool der Erdnachst die Strecke weil ich muss nur den Heiligen mehr erhältlich Euro und der Heim weil sie auch nicht das tut die Linie klar erhältlich ist er die Jahre so ein schlechtes Kind der Hand in Heimann getötet mit der Hand vielleicht wird noch stark bei der Insel wir haben den Kopf alles gut der Baumwürdig Die haben doch schon 20 Köpfe gehabt, oder? Ja, aber ich habe die meisten weggeworfen. Guck mal, hier ist eine Vogelschef, wenn jetzt einer auftaucht, ballern wir den weg, okay? Oder haben wir mehr Kartoffeln? Anker werfen? Ah, wir können wieder mittlerweile in die richtige Richtung drehen. Heißt, das wollte ich gar nicht bauen. Was? Das ist nicht eine Holzpanke. Deswegen, sie haben absolut genug Holz, ne? Ja, Holz haben wir genug, aber kein Plastik. Dann fahren wir mal welches. Tu ich doch. Ich habe fünf Plastik. Ja, wir brauchen aber so 50 Plastik. Ich muss ja erstmal überall reparieren, weil du die Sachen nie reparierst. Stimmt, ich baue nur. Ich bin Architekt, kein Bauarbeiter. Ich bin weg. Ach, ich bin weg. Achimideus und der Rest ist alles heile, glaube ich. Ah, jetzt noch. Woge, woge. Oh, schade. Ach, ich bin weg. Du musst dich mal mit der Falle. Hab' ich nicht. Das wird als einigen geklaut. Na, hab' ich nicht. Na, Küste da. Jetzt hab' ich wieder. War kein Algen sind. Doch. Jetzt ist er es fällig. Nein, das war vorher doch nicht mal mein Tod. Wie ist das, was wir... Digga, es kostet halt sechs Federn. Was denn? Digga, guck mal, da oben ist eine Formation. Die gleich schon zwei Jahre, nicht schlecht. Ja. Ich dachte, du verkackst es. Ja, du hast wirklich verkackt, du Pauli. Äh, ist auch unrealistisch. So, gerade die... Hier, Kunststoff. Geht man noch auf eine andere Art Kunststoff? Hm, nicht durch irgendeine Farben, wie du... Also, nicht durch Wüste. Ja, ja. Warte mal. Eine Sache, die wirklich noch smart wäre. Ja, ja. Hab' ich in meinem Video gesehen. Ach, Digga. Ach, warte mal. War's beim... Ah, nee. Ich war grad verurte, was du meintest, äh, mit... Ich hab' schon mal in einem Video gesehen, weil ich... Ich hab' schon mal in einer Bio gesehen. Im Instagram-Bio, hä? Gelegt. Toll, ne? Tolle Geschichte. Tolle Story. Passt du denn? Hier. Äh. Ice-Tags. Was denn? Sind wir ja übelst wie Holz und so übel, ne? Mhm. Machen einfach richtig viele Sammelnetze. Ja. Wir brauchen nur Pecheletter. Das ist durch unendlich Smartware. Einfach so, wie wir hier machen. Guck mal, alles. Ja, ich weiß, dass wir hier machen. Alles gut. So, dann wird's Zeit, dass wir hier auch mal die Platte vom Größer bauen. Ja, ich weiß ja, wir brauchen nur Plastik. Ja, mach doch. Sammeln doch, hä? Der Anbau. Wenn der einmal das, der kaputt macht, den Durchbruch, dann ist das weg. Das macht er aber nicht. Fifi, 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 ich baue ich das jetzt ab, wenn er Angst. Was? Ja. Äh, Dig, es muss aber schon Zeit sein. Ja. Muss halt mich in Chancen. Dann mach ich jetzt pass auf den Netz. Ja, ja, ich ging den, ich ging den Ding. Ich mach jetzt, was einmal ist einfach. Es ist Fernbücher, Stabil. Wir haben noch eins, aber nicht? Weiß, nee, was ist das denn, was beim Sammelnetz fehlt? Ja, lies. Was? Nee. Lies hab ich gerade alle im Inventar. Nägel, meinst du? Äh, Nägel, ja. Ach, dann leg mal rein. Die Kiste. So. Ich hab zwei Geschenke wieder. Äh, C. Wie kommt man drehen? Ah, R. Papierstapel. Übrigens auf die Ecken klein machen, das, das komplett enthust ist. Fuck. Ja. Oh! Da hinten ist ne Insel. Äh, ich gehe. Alter, warum fass ich hier ins Wasser? Loser. Sogar unten hinten hol ich mir die Planke, so gut bin ich. Äh, lass zur Insel. Warum? Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, äh, Kunststoff. Oh? Ja, dann müssen wir weiterfahren. Zu ner Insel. Hey, Richard, wir brauchen grad keine Insel, wir brauchen nur Kunststoff. Äh, doch. Ja, und wie kriegen wir mehr Kunststoff? Und es ist genau grad die Windrichtung richtig, lass weiterfahren. Wie kriegen wir mehr Kunststoff? Sammeln. Durch. Ohne Insel. Netze. Richtig. Wie kriegen wir mehr Netze? Durch Kunststoff. Mehr Papier. Nee, Palmblätter. Ach so meinst du das? Ja, keine Ahnung. Mach mehr, ähm, hier ist es auch ein Kunststoff, das wir tun haben. Ja. Was denkst du, wir uns auch um dich geht, weil ich finde den Mutter. Ich finde, ich fisch in die Zuge, okay, okay, okay. Äh, okay, ich glaube, okay. Ja, seine Mutter ist halt schon alles drin. Okay, überzeugt. Äh, oh, die Sammelnnätze funktionieren aber endlich auch mal. Ja, die funktionieren auch gut. guckst du an, ey bitte, pass auf, die dürfen nichts von hier vorne einsammeln gucken, die sammeln nur das von der Seite ein hör mal, voll Idiot, lass uns einfach alles hier anspülen warte, soll ich auch sammeln in Netze? ne, ich mach scheiße, ich dekoriere die scheiße wie? ja, guck mal, wie viel Zeug wir haben, an dekoriert Zeug also guck mal, guck mal, guck mal auf die, äh nein, nein, nein Mark! das war schlecht ist da hinten ne Qualle? was? wo? da hinten ist ne Insel nein, da hinten ist da ne Qualle ich fühl sie so aus guck mal, guck mal, guck mal was denn? ey, bei unserem, bei unserer Tavi hier ich weiß die auch immer die Elektrizität haben äh äh alter bin ich schlecht oh mein, ne Teillaterne, geil ja die gab schon damals eine Frage als nix ne, ich hab's vergessen, scheiß auf ah äh wie krass willst du bauen? krass, krass hier gehört das hin da gehört das hin und ja, ok, gut nach na thank you and no no egal ich will nicht langweilige sammeln nee, ich sammeln äh äh sinnvoll habe ich hier zum Beispiel dieses Lager hier nehmen und hier in die Kante hier stellen da haben wir nur Sachen die von netzen angespielt werden ne ich ich will die base komplett ausbauen ich will ich will hier alles aus der Mitte abbreiten ne Ja, bin ich dabei. Aber ich meine jetzt für den Anfang kurz. Was? Für den Anfang kurz, äh... Ja. Man, du bist so schlecht, Alter. So. Deswegen, du Loser. Glück. Die will ich gar nicht haben. Du bist so... Ja, das ist... Ja, der war... Der Wiener! Der Wiener! Oh mein Gott! Drauf schießen! Ich kann ihn abstechen, ich kann ihn abstechen. Ich töte ihn. Wer ist mir? Warte, ich halt an, ich halt an. Ich halt vier Hits, ich halt fünf Hits, sechs Hits, sieben Hits, sieben Hits, sieben Hits, acht Hits, neun Hits. Ich hab ihm neun Hits gegeben. Ich bin schneller im Wasser, alles gut. Der eine hat neun Hits. Digga, wie weit will der denn noch runterschwimmen? Kann ich im Wasser schießen? Ich halt an. Hab ich nur. Also. Neun Hits hat einer. Der siehst da unten so weit... Ich halt den High ab. Ich halt den High ab. Ich halt den High ab. Ich halt den High auf. Drei. Ich hab halt zu wenig Luft. Ich hab... Ich halt den High auf. Der kickt einen Hits, ja. Ja, okay, mein Schwer ist kaputt. Ey, ich sterbe. Safe. Ich schwirn weiter nach oben. Oh, ich seh die Oberfläche. Okay, gut. Halte den Halb. Ich hab den so weit gefreut. Ich glaub, der kommt zu dir. Ada, alles gut. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Bei mir. Bei mir alles gut. Okay, gut. Ich könnte ihn ja eh ausweiten. Ja, ich geh hin. Alles gut. Ja, ja, ich schaff's. Cool. Ah, ich hab er nicht. Ich hab's gemacht. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hatte Angst. Nein, der ist mir hoch. Ach, du Sohn? Ja. Ich hab doch gesagt, äh, ich hab nicht gesehen, wo er ist. Ich hab Angst, dass du stirbst. Ich hab Angst, dass du stirbst. Ich hab mich geopft für dich. Alter, das war dein 4. Weißt du, wie verwirrt dich, war ich da kurz. Das sind zwei Haie-Jungen, die ich bin jetzt auf mich und töten mich. Hast du auch gesehen, wie die gesprungen sind? Ja, ja. Du, Gott, verdammt. Ich hab nichts, ich hab mich. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht schwer. Ich werd' nicht mehr so was, sofort, ne? Auch drei Eisen, Alter. Was einer abzocken ist. Ah, wir aber letztendlich. Ähm. Was denn einsteht? Ich hab' nicht gesehen, dass ich schon einen Wimpel habe. Da. Ja, da steht die ganze Zeit schon da. Wie lange so? Ja, seitdem ich das nicht mehr gebaut hab. Tja, das ist jetzt, äh... Gut. Das ist jetzt egal. Ich mach' weiter. Ja, ich seh' nicht weg, man scheiße. Also, Ice-Dex. Ja, hier sind ziemlich viele Feinbächer für die drin. Also, 15 Stück. Nicht? Alles gut, ich... Äh, hier so, ne? Guck'n. Ja, aber cool im Zug. Guck'n, ja, so weiter geht's. So geht's weiter. Hast du wirklich ein Beigefehl, also war das so wüscht? Ja. Das ist wirklich cool. Nein, aber das ist ja cool. Da hab ich mich ein bisschen geflunkert. Ja, ich hab' nicht gedacht, dass es auf einmal Wegsteffin gibt. Die können exklusives Pullover Drone. Alter, wir sind so gleich. Scheiße. Ich vergang' im Schwer den Baum abbauen. Fett viele Flanken. Ja, wenn Gott los, viele Flanken. Das war aber immer, um Sachen anzuzünden. Da hätt' ich nie wieder gecheckt. Ich weiß, was zu bau ist. Und zwar das hier. Also, ich mach' jetzt noch irgendwo so eine richtig nervige Wand. Warte, sag' ich wie die Palmblätter geil. Äh, irgendwo knabbert hier, glaub' ich, ich hab' auch nicht. Nein, nein. Immer, wenn auch manchmal was ins Netz geht, dann klingt das, als wird er knabbern, ne? Warte, ich will hier hin. Einfach nur Seile fehlen. Ich bin einfach nur Seile. Aber ich hab' genug Heimblätter. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal da. Warte, warte, ich hab' nichts. Unser Counter. Fünf Sammelnetze konnte ich erstellen als Sex. Geil. Guck mal, guck mal hier. Guck mal, guck mal hier. Warte kurz. Was ist denn? Warte, hier. Counter und drei Tage. Ey, warte mal, woher weißt du das? Gar nicht, ey. Das ist ein extra Kalender, du darfst. Geil. Ne. Fakt war da schlecht. Das ist ja. Das ist ja nur 13 Tage, sei es angespielt wie zwei Monate. Warte aber erst, ich finde es nicht voll oder so. Ja, aber ich meine, das ist nicht voll oder so. Gut. Ich bin's halt erst irgendwie nur 13 mal oder so nacht. Finde ich aber nett, dass du da einmal die Dinger rein tust. Wie das? Pallenblätter. Und dann baue ich hier weiter wieder. Oh, Mann, das bockt sich grad einfach hier mal weiterzubauen. Und dann noch welche. Bücherstapel, Digga, warum soll ich denn Papierstapel bauen? Aus. Raus. 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 Ja, 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 doch. Alter, die Dinger, Alter, als ob das, ey, oh mein Gott, Ice-X-9. Oh, oh. Hm? Ich glaube, jetzt kommt der Megalodon. Wäre geil. Ne. Mega. Du dumm abwiesig. Megalodon. Mega. Du dumm abwiesig. Megalodon. 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 Oh, du, oh, du füllst auch anders Salz, was einer so schließt, ey. Sonst kriegst du kotzen. Ja, vielleicht mach ich doch ein paar mehr Glasreiniger. Da kann er einfach Glasreiniger trinken. Geil hell. Geil hell. So lächerlich. Du. Du. Du? Ja, ja. Was denn? Nein. Ich überleg gerade, macht es überhaupt Sinn, ähm, guck mal, jetzt hier noch eine Reihe Dinger zu bauen. Ja. Und da drüben. Oh nein. Wir haben ja hier schon eins. Oh ja, stimmt. Aber, aber es wäre cooler. Es kann nur hier lang fließen. Ja, ich weiß, aber es wäre cooler. Nein, nein, wir können so einen, äh, so einen riesigen Pfeil draus machen. Ich weiß, aber es wäre cooler. Oh, das ist noch cooler. Überzeugt. Nein, das ist noch ein Fall. Weil sie hier jetzt einfach so, ne? Herr, wir kommen eigentlich hier gerade ein Tief, das macht, das bringt alles nichts. Ja, doch. Ah doch, wir können, dann hängen die ja alle Komisch durchschwimmen. Die beste Taktik ist ein X. Damit fängst du alles auf. Jaaa. Das hat Herr nachdem, aber das alte Stäle ist. Ich weiß. Das ist keine Chance. Und, das ist ja so. er weiß was das jetzt noch nie wird zum freil machen ich sehe ich will jetzt einfach oder so wird nicht unbedingt ein feier worden feier ohne sprich nach da einfach so hier ist ja weiter ausbauen und sagt ach so einfach mal die bläden die länge ziehen meint ja ja wie wir sagen hier so einfach über die schiener ich dabei das für mich zu werden aber wenn man ein viereck hat dann ja ich weiß oh mein gott das sieht irgendwie grad groß aus das sieht ganz das mag ich nicht was es sieht gerade auf einmal gut aus ekelhaft man ich hasse es entstürmt egal wie krass ich bin perfekte teilen nicht dass ich irgendwie einfach reingefallen bin ja inzwischen brauche ich will ich jetzt keinen zweiten stock haben dafür doch für die antenne die ich meine ja nicht für die antenne man dich ich meine ich kann es inzwischen glaube ich leute das ist ein grafikkäler grafikkäler stell dich mal hier da auf dieses auf dieses direkt der flanken warte kurz kompletten das ist so das hier und das was sein er ist so schlecht mit er knackert mich um weil er kann die Spitze ja auch noch von den Wortmann dass sie dann dafür aus ich mach mir kurz noch einen Metallhacken brauchst du auch wieder einen Metallhacken eigentlich nein nein oh fuck ey warte mal Dings ich brauch wieder Schrott irgendwo ja wir haben keinen Schrott mehr zwei halt ok man schaut auch außer Kisten nächste Insel peilen wir an ok ok der Schott ist bisschen zu wichtig das hat euch ja nicht meinen Haaren für so dumme Sachen wie für eine Plank ausgeht wie bitte ich hab irgendwas neues gebaut ich weiß nicht was es ist oh nein das ist ja einfach das ist ja das ist ja cool wie so ein wie so ein äh Prozent sind die Ursprung m m Liedler bleibt bei der Hörner bin ich zu kommen müssen n ich glaube ich bin seit Jahren mit ihm oder auch nicht der Konkurrenz mehr denn ich bin ein Alperen ich habe es fast gehabt und mehr als der Klub für den Stopp noch und die Kinder zu essen ich hab noch wie viel? 1, alles gut ah, okay, okay die sind aber auch noch Kartoffeln und sowas von ich weiß, aber jetzt lieber ich auch, die sind scheiße auch Kartoffeln ich hab auch noch keine Möhren, alle Rüben auch Kartoffeln ich hab neue Geschenke Schranktool guck ich in die Hand Malerei, scheiße Morsera das war wahrscheinlich irgendeine Hauzland Hilfe ich hab wieder ich überlege gerade, konnte man Plastik noch abbauen unter Wasser oder ja, also da war ich ein Schlott bist du dumm ich hab schon längst am Haken du wirfst es einfach ja, ich hab schon vorher einmal aufgeladen ich hab nie nachgedacht ja, ich hab schon geklappt ja, ich hab schon geklappt ja, ich hab schon geklappt für den Komfort warte er knabbert, nee ich hasse diese neuen Netze let's go die ganze Zeit der knabbert jemand der ist da jetzt so, ne? der ist da jetzt so, ne? der ist da jetzt so, ne? der ist da, ne? das hin das ist meiner das ist meiner das ist was tot sicher dann da ihr essen nein, wir haben schon neilkopf, da soll ein scheiß Adler hin na, okay na, hier gibt es lustig ich brauch das ich brauch das um es wegzuwerfen ich hab schon und 120 CCL fahr mal weiter es ist was ihr wollt du hast ihn hoch gemacht nein, ich hab ihn runtergebracht nein, du hast ihn absolut ausgeworfen runtergemacht die bin ich noch mal ausgeworfen ja, du hast ihn hoch gemacht nicht zwei 2 welcher gut gemacht von mir lächerlich wieder die reihe ich hatte nur drecks planken bekommen das so viele dreck du hast nicht mann das war ein älter umgepflanzt er sei nicht in den kommenden nicht mehr warum mehr bäume denn je können wir jetzt schon umstellen aber einfach sachen umstellen nee oder dann nicht weiß ich also wird eigentlich noch ein ziemliches stück größer machen ja ich auch aber vor allem kalt piereck mehr draus verloren weil ich meine eigentliche kabine haben möchte das wie so ein lassen wir ein kreis bauen aber aber unsere kabine sind in der nähe voneinander oder ja wir können so ein kreis äh so ein strich ein haus genau ein haus und da jeder sein zimmer warte wir könnten jetzt hier so zum beispiel hier brettermäßig in eine richtung machen oder oder sechs oder so und dann machen wir da drüben so ein kreis wie so eine insel wie in ähm nicht doch wie eigentlich wie in sky nur mit kreisen halt gut ich dachte das selten wäre eine insel aber tatsächlich nur der mond nein der rechts ist eine insel du vollidiot rechts vom mond ist eine insel ich geh zur insel ne ja ja die kam er ja später rät wir und der pller von der straße hat jetzt ganz bestimmt ein haus guck mal ein wahl guck mal guck mal dieser studie heißt sofa ja ich weiß ja ich war dabei als wir es erlernt hatten geh mal drauf findest du das auch richtig komisch dass du zum grill gucken kannst ja wir müssen ein bisschen mehr nach da oh ist gleich 30 minuten oh nein also danach muss ich bin ehrlich auf ich will einfach keine weiter spielen ja fett sich zu dem man Dinge verziehen kann fast gut sind danke wir können uns sagen wir nur einfach die inseln angehen und guck mal da ist es nicht qualen äh ist der heilig wieder da aber das ist cool weil jetzt ist die welt irgendwie ja atmosphärischer geh hier hält mir schutzschutz zu holen ja ich komm durch jetzt hier unten ist schon ich muss aber den anker lichten dann nicht die ihn endlich also du bist da ihn langsam kann ich jetzt einmal flossen testen oder so du kannst Prozent das Ding haben wird machen gar nichts was er ist nicht der besten nötiglich haben du hast es dann geht mir wenigstens das Ding ja ich gehe in der Küste aber lass mich hier kurz noch mal noch ein Hagen ich meine geht noch da er soll ich sehen wir sollten auch wieder eisen einsammeln und vielleicht mache ich nicht weiter weiß nicht wir haben nicht so viel gefahren gehabt oder wird doch 20 ich aber ich war es ein Samstag und du mit auch wenn ich nicht so dritter und du dann herrlich so war da ist auch die Schmerz Prozent bis zu so haben auch durch die Züge für mich und schon überhaupt miteinander ich sehe nicht mehr als ich mich selbst von da aber das ist ein Grund er ist zu lange endlich vielleicht ist aber nicht die Welt genau es gab dass die Schlüsse nicht das sind so viele Moschee als ich meine Moschee erforscht ich wusste gar nicht aber ich habe die Bräume er war nicht erforschen aber kann man auch nachgucken ich habe sie keine Rezeptanz im Kopf vor und so mitnehmen wenn er nicht mehr jetzt ist kein Schwerbeleiten wird Schott auch das liegt oder es ist ein Raja ernehm ich gerade ich hatte nur noch ein Hitter von Haus dann würde ich mal nicht mehr liegen die es ist nur der Wasserhülle bei mir ist da was drin also nehmen die Zahn und so kurz aus und ich weiß wegen dieser Bucht ist cool ne 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 geht es nach oben das sind dann unter Wasserhülle cool ja ich jetzt noch eine Wasserhöhle ich habe was unter Wasser und da müsste in der Höhle ja eine kiste ganz viel schott ab 8 schott die kippen unter wasser kiste unter wasserwühle weiter weil wir keine kein holz haben eine hier war es okay cool bald schott und so das war es aber hey cool was ist das kann unter dem wasser hier einfach ich kann unter dem salz aus als besiegt einfach ist der hei bei dir nein weg damit wie viel schott hast du 13 nur wird die ganze zeit vom haja packen 13 ist gut ich hab halt nur acht ja du bist aber auch in der unter wasserwühle kommen wir mal was anderes ok auf der anderen seite der kiste oberhalb der wunderschönen und und ich hoffe auf einmal kommt irgendwann so ein killer wahl oder so das war eine zeit lang mein lieblingstür meins auch ist ja also ich würde zwar nicht gerne einem begegnen aber das fiege ist sich einfach aus ja mein haus ist halt ein bisschen aktiver in c-world haben die ja schon richtig oft leute getötet was ich auch cool finde ich hab den einen in c-world also ja cool hast du hier einen schott abgebaut ich will sie größten und sie muscheln wenn wir kommen ja ich auch schon und sich die schon noch aber das dreizeit ist am wohl nicht immer so ich nehme an trocken und dann an kaputt und in der op ich weiß ich bin er neben die demo es ist ja nicht ein anderer Koffer an. Ah, ne, es reicht schon, wenn ich halt mal baue, alles gut. Nö, nö, hab halt mitgenommen. Ja, okay, passt. Hab halt jetzt zwölf Schott. Ich würde noch gerne noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich weiß, aber ich sehe nicht... Ah, hier ist noch ein Schott. Aber ich sehe nicht mehr Schott. Ich gehe mal in die... Ich will... Für meine Zuschauer, aber ich hätte auch noch mal kurz in die Höhle. Ganz sauber. Hier unten war ich Schott. Was ist das denn? Hier ist einfach Süßwasser. Süßwasser. Okay, ich nehme jetzt in den Scheiß einfachen Tisch... Äh, Fisch-Eintopf mit. Tisch-Fisch. Und einfach mitnehmen. Ich hatte sogar nur Platz, um den mitzunehmen. Ist das trotzdem weggebrochen? Ja. Wie so ein Unterwasser-Leppel. Okay, komm mal, lass jetzt gehen, bitte. Okay, ja. Wir müssen... Komm, nicht wie Mistel. Ja, okay. Okay, wir müssen auch dann aufhören. Ah, ja, ja. Und morgen halt. Aber stimmt, dass man drin hat, kein Internet mehr, ne? Was, ein Loser. Eine wichtige Sache, Colt. Ja, aber... Hey, Muschel, hast du schon erforscht? Echt? Ja. Nee, ich glaube, es gibt kein Rezept mit Muschel. Doch, doch. Du kannst... Äh, man hat es schon erforscht. Ne, man kann nicht alles erforschen. Dann steht... Ich weiß... Da steht dann... Äh, erforschen rot. Aber wenn du schon erforscht hast, dann steht da schon erforscht. Okay, ne, da... Ich kann doch doch... Äh... Warte, ganz rot. Ne, 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 eine Sache. Okay. Äh, noch eine ganz andere Sache. Ja, keine Ahnung. Ne, kein Sinn. Hast du bestimmt schon. Nur zur Sicherheit. Gut. Äh, hast du auch Save. Hast du auch Save, ne? Warte. Ja. Ja, genau. Ähm, Eisen ablegen. Ein Rezept hat einfach einen Topf. Ja, einen Topf habe ich nicht. Machen wir nächste Folge. Galle, kurz. Äh... Haben wir Leder schon mal erforscht? Ja, ja, ja. Ja, haben wir und... Ja, okay. Ich will alles rein. Gut. Äh, nebenbei, ich habe richtig viel... Äh, nur noch Leiter, das hat mich jetzt erforscht. Ich habe richtig viel, äh, Plastik hier. Ich habe 37 Plastik an der Zeit reingetan, ne? Hallo? Wie bitte? Ich habe 37 Plastik, ich habe das ganze Zeit in der Küste getan. Hier. Bau. Hä? Hier. Ich habe dir auch noch Holz dazu gegeben. Jetzt bau. Wie du willst. Äh, meine nächste Folge. Okay. Warte mal. Oh mein Gott, wir haben keine Wassermel, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Hm? Wir haben keine Wassermel, ich muss dir ein neues Ding machen. Warst du eigentlich auf der Insel? So, jetzt. Wie viel Kopf hast du? Bei 7 im Inventar und in der kleinen Boxer damals 20, so richtig weiß ich. Ja, okay, gut. Okay, wir müssen jetzt auch werden, ne? Ja. Dann bis morgen. Wie ist es zum nächsten Mal? Ich lade jeden Freitag und Dienstag hoch. Ich lade hoch, wann ich will. Tschüss. Nur Sammelskund, sekund, sekund, so, 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 so. Und geht, Tschüss. Tschüss. Mit Wiesbühlen, Januar. Okay. Die haben eine Verhandlungen, einfach selbst kaputt. Okay. Jetzt drei, zwei Tschüss. Ach so, ich habe schon ein Stück.